Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Council. Ja, ich fange jetzt mit Episode 2 an und wir sind bereits Stufe 2, denn ich kriege ja Punkte für alles was ich erreiche, was ich sammle und ja, da unten ist dann halt noch mal aufgelistet, für was ich jetzt halt Punkte gekriegt habe und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach, dass wir weitermachen, sobald wir können, aber jetzt müssen wir erstmal noch Punkte verteilen. Ich würde gerne weiter auf, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, hier war, da, auf Heimlichkeit, du kannst unbemerkt, Gegenstände stehlen, Müllos Schlösser, genau, das brauche ich definitiv. Ja, das muss sein, das muss richtig fest sein. Aufmerksam, Logik. Ich mach mal Überzeugung. So. Manuskripte auswählen. Hier kannst du festlegen, was du während deines Abenteuers liest. Jedes Manuskript, das du liest, bringt dir am Ende des Kapitels Fertigkeitspunkte. Okay. Regeln der Höflichkeit und des anständigen Benehms oder Parallelbiografien, die Kunst, die Menschen aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Mysterium, Kosmograficum, Kosmograficum, Entschuldigung. Astronomische Beobachtungen, Biografien berühmter Männer, Verfahren mit den Personen anhand ihrer äußeren Erscheinung, Abhandlung über gute Manieren, bestimmt, ich mach mal das hier. Die Kunst ist, die Menschen aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Johann Caspar Lavater, 1775, ein Verfahren, mit dem Personen anhand ihrer äußeren Erscheinung analysiert werden können, insbesondere anhand ihrer Gesichtsmerkmale. Das nehme ich. Los geht's. Kapitel... Äh, Episode 2, meine ich. Wird's doch bestimmt jetzt sein. Hä? Da kann ich echt sein. Wir träumen. Wieder mal. Ihr turn. Die Servanten sind nicht sehr effizient. Derasche kann nicht weit weg. Sie finden sie bald. Der Suche Zeit ist rechtfertigt, given sie müssen sie sich an Augen auf Adam. Ich kann sie sich anziehen. Ja. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richer's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. Hmm. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. Napoleon. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, come. Take a seat, my friend. Wir fahren immer in jemand andern. Weil das sind ja jetzt nicht gerade wir, sondern einfach nur der Diener. Wollten die nicht alle zu Bett? A little nighttime strewn, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Okay, wir haben herausgefunden, dass das jetzt hier das Zimmer unserer Mutter war. Das ist schon mal sehr wichtig. Und irgendjemand klopft vor unserer Tür. Aber ich glaube nicht, dass das dieser Holmes ist. Also dieser Holmes ist. Ja, Momento. Ich muss das hier gucken. The inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his Gospel, dictated to him by voices. The inspiration of Mr. President. Dear Mr. de Richer. Please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Sehr gerne, Mr. Uh, yes, Mr. Monsieur. Der Recher, ähm, Monsieur, Der Recher, bitte vergeben Sie mir, aber ich kann gegenwärtig nicht zu Ihnen stoßen, aber seien Sie versichert, wir tun alles, um die Angelegenheiten zu klären, die uns beschäftigt. Übrigens, anbei finden Sie einen Schlüssel, mit dem Sie an die persönlichen Gegenstände kommen, die Ihre Mutter zurückgelassen hat. Hochachtungsvoll, Lord William Mortimer. So, hab ich. Ja, ich bin noch unterwegs. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? A Devil's Thorn, to be used to uncover the best disguised traits. The Torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio represented St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on, but doesn't touch. Komm noch schon. Inferno by Dante. Abandoned hope all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Washingon? Excuse me. Am I bothering you? No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the vice president, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens. I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need ten minutes. But if my vision is true, there are two men nearby, discussing very important issues. And one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Na komm, wir helfen George Washington erst. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Kann ich jetzt eigentlich den Brief wieder öffnen? Und jetzt, also den jetzt wirklich öffnen? According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I'd better hurry. Ähm, mal kurz gucken. Inventar. Upsala? Okay. Nee. Kann ich jetzt nicht öffnen. Shit. Ähm, Salon im Erd... Äh, kleinen Geh zum Adam in den kleinen Salon im Erdgeschoss. Louis, your strength from your objective. Ja. Kann ich auch hier lang gehen? Okay, dann gehen wir jetzt erst mal runter. Hier kann ich nicht rein. Irgendwas ist hier gerade sehr laut. Ach, guck mal, wer da spitzelt. Ah, mein son. Oh, you are a godsend. What's the matter, your eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Did you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug. A Frenchman, it seems. By the cut of his craw, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. I knew you were a penway. If we were in France, I'd send you to the gym. Warum muss ich da rein? Come on, this guy's a Cardinal? Weren't you about to enter the room, your eminence? Oh, no, 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 no. I was just passing by. But since I do happen to be here, shall we go in together now? I'd rather go and find help. It's safer. Well, let's see. It's always the same ones who get dumped in it. Ah, thank you, my son. May God watch over you. Who do you think you are? Forgive me. Oh, mehrere Wege. Es gibt mehr als nur einen Weg, um dein Ziel zu erreichen. Dementsprechend kann es sinnvoll sein, nicht sofort den ersten Weg zu nehmen, der sich dir zeigt, sondern weiter zu suchen. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you. Stay out of it. This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to your room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl is gonna suffer. Damn it. What should I do? What should I do? Huh? Stay out of it, boy. Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy. If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Ihn schlagen. Ihn daran erinnern, wo er ist. You're not back in your slum now. You're in Lord Mortimer's home. I suggest you think carefully about what you're going to do. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Okay. Wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. Uh, women, right? They really do drive us crazy sometimes. I totally understand. Yeah, and every time they open their mouths, it makes you want to slap them. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. Hey, hey, hey. Jemand hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr. Konzentrationspunkte als normal. Nimm Gold-Elixien, um dich zu heilen. Wo war das nochmal? Think about it. You know your head will roll tomorrow if you shoot. Wanna bet? Sure do. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. Ich komme hier mit den Sachen ein bisschen durcheinander. Hebt negative Effekte auf. Nein, offenbar Immunität schwächen. Der nächste Fertigkeit ändert. Kostet dich nichts. Ach so war das. Genau gut. Jetzt können wir aber hier mal ein bisschen schnüffeln. Sich an den Gegenstand erinnern. Haben wir hier noch irgendwas? Was ich hier so eben... Okay. Schloss knacken. Supi. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Kommt da noch was? Nee. Erreichen. Erreichen. Jawoll. Ich glaube jetzt... Berauscht, du hast in einem Kapitel vier Konsummittel eingenommen oder ein schädliches Mittel konsumiert. Der Dialog-Timer wird nicht mehr angezeigt. Nimm ein Colt-Elixir an, um dich zu halten. Ach du Kacke. Sowas geht auch. Das ist ja witzig, ey. Hier war ich schon, ne? Das war Dorkin, ne? Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Das war Dorkin. Ähm, ich kann auch jetzt hier raus, ne? Okay, wie komme ich dann jetzt hier raus? Einfach so, okay. Okay, ich bin jetzt hier raus. Elisabeth ist definitiv die Daughter von John Adams. Wir brauchen mehr Informationen. Du kannst immer zurück. Es ist zu late jetzt. Immer gleich so zynisch sein hier. Ach so, kann man hier so ein bisschen sitzen, sich das alles angucken und aufstehen. Von da kam ich ja jetzt gerade, ne? Äh, was ist denn hier für ein Raum? Da kann ich immer noch nicht machen. Dann gehe ich wieder nach oben. Denn ich eh nichts machen kann. Ähm. Ach, wo war ihr denn? Irrer denn? Dauert jetzt schon wieder Jahre, bis ich das... Oh. Der Kardinal. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. Ha, what an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? When I gave you in the home? Ich wusste es, dass er den nochmal sehen will. I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Give me one second, please. Ich wusste, dass er den nochmal sehen möchte. Ich wusste es. I can't imagine, what would have happened, if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah, the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Good night. Ja, das ist unser. Müssen wir nicht zu der Dingens aber gehen? Achso, dann wir sollen wieder ins Bett gehen. Okay, ich dachte, wir könnten der Adams das jetzt bringen. Ne, das war, doch, das war mein Bett. Genau. Achso, ich habe mich schon gewundert und dachte mir so, hm? Hä, ich habe mich schon gewundert und dachte mir so, hä, ist Episode 1 so schnell vorbei vorhin? Aber nein, die Episode hat mehrere Kapitel. Also jede Episode vorhin, also das letztens war Episode 1, Kapitel 1 und das ist jetzt Episode 1 gewesen, Kapitel 2, Nachtspaziergang. Okay, dann geht das Spiel ja doch noch ein bisschen länger, das freut mich. Ähm, ja, erfolgreich war, ich habe Lady Adams im kleinen Salon gefunden, ich habe von, äh, vor Peru nicht klein beigegeben, ich habe Lady Adams Talisman gefunden, ich habe Piachi seinen Brief gezeigt mit intakten Siegel. Ohne Erfolg war, ich habe Lady Adams nicht aufgehalten und ich hätte etwas über die Vergangenheit meiner Mutter herausfinden können. Alternative Wege wären gewesen, ich hätte Mr. Washington über meine Mutter sprechen können. Was? Ich hätte mehr über die Männer in meiner Version herausfinden können, ich hätte mehr über die Pläne erfahren können, die mit mir zu tun haben. Und ich hätte eine bemerkenswerte Begegnung haben können. Hm, schade. Wir sind jetzt Stufe 3. Überzeugung. Haben wir. Ähm. Ja, finde ich sehr gut. Also hier Etikette. Politik, Ablenkung. Politik und Ablenkung finde ich eigentlich noch sehr gut. Ich nehme auch die Ablenkung. Ich nehme auch die Ablenkung. Was möchte ich jetzt lesen? Ähm. Ähm. Regeln der Höflichkeit. So, good morning. Nothing. Ja, hier habe ich ja alles. Das habe ich auch schon gelesen. Was ist das? Untersuchen. Oh, unsichtbare... Unsichtbare Tinte. Zitrone. Unsichtbare Tinte ist das. Hier, die kannst du dann hier vorm Licht halten und dann... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Gold und Elixir. Oh, diese Buchkasse ist gut stocked. Oh, diese Buchkasse hat sich zurückgebracht. Ja, mit der Tinte vielleicht. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell reminds me of something. Citrone. 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 Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She applied a liquid to the book. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet you used a limit to leave a message. Now, how do I reveal the message? The message is illegible. I have to keep searching. Why do, with Licht or not? No, fire, right? Well, right? Right, right? Hmm, nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee, though. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Oh, come on. Bernstein, Gratulation. Du hast vier Bernsteinstücke eingesammelt. Deine maximale Konzentration steigt um einen Punkt. All right. I've retrieved everything. So, jetzt haben wir hier noch... Machen wir das mal so. Vielleicht hilft das ja was. Asche. Den Wert der Asche einschätzen. Asche nehmen. Dann jetzt hier. Asche auf das Buch verteilen. Mit Asche ist mir neu. Es wäre mir ja auch neu gewesen mit der Asche, aber ich versuche ja hier gerade auch irgendwie herauszufinden, was ich hier benutzen kann, aber irgendwie kann ich hier jetzt gerade gar nichts weiter benutzen. Oh, doch, die Kerze. Ah! Ah! Den Wert der Kerze einschätzen. Oh. Wo hat er sich die jetzt hingesteckt? Ach, scheiße, jetzt können wir nur einen Teil lesen. Medusa? Oh, okay. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique addition or mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the Red Salon. Typical. Okay, meine Lieben, aber ich muss jetzt auch Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.